Politische Selbsthilfe bedeutet, dass wir mitwirken, dass wir uns an Entscheidungen beteiligen, die unser Leben betreffen. Arbeits-Selbsthilfemaßnahmen werden immer notwendiger, weil die Grenzen des wohlfahrtsstaatlichen Wachstums erreicht sind. Und damit verbunden sind auch die Grenzen des fürsorglichen Handelns der Gesellschaft. Durch alten Selbsthilfe vermindern wir die Kosten, die durch die Pflege in der professionalisierten Form entstehen. Politische Selbsthilfe bedeutet, dass wir mitwirken, dass wir uns an Entscheidungen beteiligen, die unser Leben betreffen. Arbeits-Selbsthilfemaßnahmen werden immer notwendiger, weil die Grenzen des wohlfahrtsstaatlichen Wachstums erreicht sind. Und damit verbunden sind auch die Grenzen des fürsorglichen Handelns der Gesellschaft. Durch alten Selbsthilfe vermindern wir die Kosten, die durch die Pflege in der professionalisierten Form entstehen. Politische Selbsthilfe bedeutet, dass wir mitwirken, dass wir uns an Entscheidungen beteiligen, die unser Leben betreffen. Arbeits-Selbsthilfemaßnahmen werden immer notwendiger, weil die Grenzen des wohlfahrtsstaatlichen Wachstums erreicht sind. Und damit verbunden sind auch die Grenzen des fürsorglichen Handelns der Gesellschaft. Durch alten Selbsthilfe vermindern wir die Kosten, die durch die Pflege in der professionalisierten Form entstehen. Politische Selbsthilfe bedeutet, dass wir mitwirken, dass wir uns an Entscheidungen beteiligen, die unser Leben betreffen. Arbeits-Selbsthilfemaßnahmen werden immer notwendiger, weil die Grenzen des wohlfahrtsstaatlichen Wachstums erreicht sind. Und damit verbunden sind auch die Grenzen des fürsorglichen Handelns der Gesellschaft. Durch alten Selbsthilfe vermindern wir die Kosten, die durch die Pflege in der professionalisierten Form entstehen. Politische Selbsthilfe bedeutet, dass wir mitwirken, dass wir uns an Entscheidungen beteiligen, die unser Leben betreffen. Arbeits-Selbsthilfemaßnahmen werden immer notwendiger, weil die Grenzen des wohlfahrtsstaatlichen Wachstums erreicht sind. Und damit verbunden sind auch die Grenzen des fürsorglichen Handelns der Gesellschaft. Durch alten Selbsthilfe vermindern wir die Kosten, die durch die Pflege in der professionalisierten Form entstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017